Florian Silbereisen, Gemunkel über neue Freundin. Nun meldet sie sich zu Wort. Immer wieder wird über das Privatleben von Florian Silbereisen gemunkelt. Hat der Schlagerstar eine Freundin oder ist er Single? Nun hat sich eine Dame zu Wort gemeldet, mit der es angeblich gefunkt haben soll. Nach dem Liebesaus zwischen Florian Silbereisen und Helene Fischer hat man nur wenig über weitere Beziehung von Florian Silbereisen mitbekommen. Immer wieder gab es Gerüchte über eine Liebelei mit Beatrice Egli. Doch zum Beziehungsauteen kam es nie. Zuletzt wurde gemunkelt, dass der Schlagerstar eine Romanze mit Gesangskollegin Melissa Naschenweng haben könnte. Und genau die hat sich nun zu den Liebesgerüchten geäußert. Florian Silbereisen, ist er mit Melissa Naschenweng zusammen? Florian Silbereisen und Melissa Naschenweng standen in der Vergangenheit schon mehrfach gemeinsam auf der Bühne. Grund genug für die Fans der Schlagerstars, über eine mögliche Liebesbeziehung der beiden zu spekulieren. Doch was ist an den Gerüchten dran? Dazu hat die gebürtige Österreicher nun Stellung bezogen. Gegenüber t-online.de hat sie verraten, Florian ist ein bisschen zu alt für mich. Er ist wie ein großer Bruder. Eine klare Antwort. Zwischen Melissa Naschenweng und Florian Silbereisen läuft also nichts. Doch auf was steht die hübsche 33-Jährige bei Männern? Sie hat im Interview verraten, ich achte auf Ausstrahlung, Humor und schöne Zähne. Ich schaue immer auf schöne Zähne. Außerdem mag ich's, wenn er größer ist als ich. Und diese Kriterien scheint Andreas Gabaliers Bruder Toni erfüllt zu haben. Denn mit ihm soll Melissa Naschenweng seit dem vergangenen Jahr eine Beziehung führen. Doch in der Öffentlichkeit bekommt man von ihrem Liebesglück nur wenig mit. Das hat auch einen Grund. Die Schlagersängerin erzählt, ich möchte eine Beziehung führen wie jede andere Frau auch und nicht jeden Schritt veröffentlicht sehen. Ich habe schon vor Jahren gesagt, dass für mich niemand aus der Öffentlichkeit in Frage kommt. Es ist ein großes Glück, dass ihn das Rampenlicht nicht interessiert. Damit sollten die Gerüchte um eine Liebschaft mit Florian Silbereisen endgültig vom Tisch sein.